In der Nähe des Titanic-Frags im Atlantik suchen Rettungskräfte nach fünf Vermissten in einem verschollenen U-Boot. Da der Sauerstoff in der knapp sieben Meter langen Titan nach Betreiberangaben nur für 96 Stunden reiche, ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. In einer Pressekonferenz am Montag erklärte Kommandant John Morga von der US-Küstenwache, wo die Retter suchen. Die Vereinigten Staaten und Kanada setzen Luft- und Seeressourcen ein, um das vermisste U-Boot zu finden, sagte ein Beamter der US-Küstenwache am Montag. Robert Simpson, Chief Petty Officer der US-Küstenwache sagte We have since launched two aircraft from our air station in Elizabeth City, a two HC-130 long-range search for rescue aircraft. We have been searching over the site to view the surface of the water to see if we can find any sign of the vessel at this point. Das vermisste U-Boot Titan hatte den Tauchgang am frühen Sonntagmorgen begonnen. Knapp zwei Stunden später brach der Kontakt ab. Der Betreiber des Tauchbootes Ocean Gate Expeditions teilte am Montag in einer Erklärung mit, dass man alle Möglichkeiten ausschöpfe, um die Menschen an Bord des Unterwasserschiffes zu retten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017